Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, guten Abend. Diese Uhrenspezialisten stehen dahinter, wenn Sie bei Coop eine der hochwertigen Präzisionsuhren der Qualitätsmarken Grovana auswählen. In der Coop-Sundbesendung und in Ihrem Coop-Warenhaus findet Sie eine grosse Auswahl von den erstklassigen Schweizeruhren zu Preisen, die für diese Spitzenqualität einmalig sind. Herr Jörg, bei Coop gibt es ausser der bewährten mechanischen Uhren auch die elektronische Quarzuhren. Was ist da der Unterschied? Bei der mechanischen Uhren wird die Kraft der Aufziehfeder durch die sogenannte Hemmung reguliert. Bei der elektronischen Quarzuhren kommt Energie aus der Batterie und der Quarz verwandelt den Strom in elektrische Impulse über 32'000 pro Sekunde. Auf dieser Uhr steht Inka-Block. Was bedeutet das genau? Inka-Block bedeutet, dass diese Grovana-Uhr gut stossgesichert ist. Und ich lese hier Waterproof, aber wie wasserdicht ist diese Grovana-Uhr wirklich? Waterproof bedeutet, dass diese Grovana-Uhr bis zu einer Tiefe von 30 Meter absolut wasserdicht ist. Alle Grovana-Uhr bei Coop mit der Bezeichnung Waterproof werden mit diesem speziellen Testverfahren geprüft. Danke, Herr Jörg. Besonders günstig und mit einem Jahr Garantie gibt es jetzt bei Coop die hochpräzise Grovana-Quarzuhren. Das formschöne Analog-Quarzmodell für Damen. Und das für Herren mit Kalender und Sekundenzeiger. Oder der Grovana-Multichronograph mit vier Funktionen und LCD-Digitalanzeige. Und der weckt einen sogar. Und beim Morgenlauf kann man sogar noch Zeit stoppen. Morgen steht in der Coop-Zeitung genau, wo Sie diese Grovana-Uhr bekommen. So, und jetzt danken wir Ihnen allen fürs Zuhören. Gehen Sie ins Coop senden für die aktuellen Angebote. Guten Abend miteinander. Bis zum nächsten Dienstag gibt es beim Coop folgende Hit-Angebote. 500 Gramm Coop-Kaffee Jubilor statt 710 nur 620. Und 250 Gramm statt 380 nur 330. Die Reserve Lavac verpackt für nur 1.80 Franken. Zwei Dosen Champignons de Paris statt 2 Franken nur 1.50. Zwei Dosen Ananas Mondial für nur 2 Franken. Zwei Dosen Sparkelspitzen für nur 2.80. Eine Dose Pfirsich oder Früchte-Cocktail Mondial gibt es jetzt 40 Rappen günstiger. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag, zweimal 500 Gramm Gala Spirale, breite oder schmale Nudeln, statt 3.30 nur 2.30. Profitieren Sie von diesen Angeboten morgen in Ihrem Coop-Laden. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.